Besonders DSLRs und spiegellose Systemkameras bieten dir an, Tasten selber zu belegen. Dies ist eine hervorragende Möglichkeit, die Kamera zu individualisieren. Wähle die Tastenbelegung mit Bedacht und sei sparsam damit. Zumindest solltest du dir aufschreiben, welche Funktion wo zu finden ist. Wenn du nämlich deine Kamera stark individualisiert hast, kann dir bei der Bedienung niemand mehr helfen, der die Kamera eigentlich im Normalzustand kennt. Es sei denn, du setzt alle eigenen Konfigurationen auf den Werkszustand zurück. Mein Tipp ist es zunächst, die Tastenbelegung einige Monate lang so zu benutzen, wie der Hersteller sie vorgesehen hat und später zu entscheiden, welche Tastenfunktionen du wirklich ändern möchtest.